Yo Leute, herzlich willkommen bei Dein Aufreger, ist hier der Olli für euch am Start mit einem kleinen Informationsvideo. Der Olli hat sich mal eine kleine Pause gegönnt und ist jetzt auf Mallorca. Vielen Dank. Und hat sich gedacht, er lässt euch das mal wissen, dass es leider bis Anfang Mai keine Videos kommen werden, da ich mich jetzt ein wenig entspanne, ein Gläschen zu mir nehme und hoffe, dass ihr nicht allzu sauer deswegen seid. Haft & Content kommt voraussichtlich, ich schätze mal 2. oder 3. Mai wird es weitergehen. Und bis dahin müsst ihr euch noch ein wenig gedulden, hoffe, ihr seid nicht allzu traurig und ich denke, das soll ich sie schon aushalten. Bis dahin, bis Anfang Mai und einen schönen April euch noch, euer Olli, over and out.